Top Secret Bestellung von Lars. Verpass auf keinen Fall das Gratisgeschenk am Ende des Videos. Lars hat sich einmal für Tom Clancy's Rainbow Six Vegas entschieden und Operation Flashpoint. Dann hat er sich noch für Star Wars Battlefront entschieden, sogar mit dem Steelbook. Oh, wie cool die aussieht. Obwohl ich kein Star Wars mag, war das Spiel wirklich nice. Das Beste kommt natürlich zum Schluss, nämlich er hat sich für einmal für Tom Clancy's Rainbow Six Siege Art of Siege Edition entschieden. Die zeige ich euch mal, weil die so cool ist. Wo ist mein Paket? Mission startet. 10% Gutschein für deine nächste Bestellung. Als Goodie geben wir dir einen originalen Xbox-Rucksack mit für deine nächste Mission. Und dein Goodie. Setz dich aus. Danke für diese coole Bestellung, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr ein Goodie haben wollt, gestell doch mal in die Kommentare. Danke. Danke.